Hallo und herzlich willkommen im Porsche Zentrum in Soest. Mein Name ist Erik Patzke. Ich bin 38 Jahre jung und schon bereits seit 2011 hier im Porsche Zentrum in Soest tätig. Ich bin für den Vertrieb von Neugebrauchtwagen und Vorführwagen zuständig. Ja, ich bin bereits über mein halbes Leben in der Automobilbranche tätig, sprich seit über 20 Jahren, habe damals 2001 mit einer Kfz Mechaniker Ausbildung beim Wettbewerber angefangen und später den Automobilkaufmann hinten angehangen. Ich bin dann nach zehn Jahren zum Porsche Zentrum in Soest gewechselt durch eine Empfehlung und bin ja überaus zufrieden. Ist ein toller Arbeitgeber mit einem familiären Umfeld im idyllischen Ort Soest. Nach Feierabend habe ich dann natürlich auch mal etwas Freizeit und beschäftige mich mit meiner Familie. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder im Alter von vier und neun Jahren. Ich teile ansonsten natürlich auch die Faszination Porsche auch gerne im Privatleben, sprich der Familienwagen als praktischer Cayenne oder auch mal am Wochenende eine Ausfahrt mit Freunden. Die Marke Porsche für mich ist ein Stück Lebensgefühl, also nicht nur ein Arbeitgeber, sondern auch noch die ideale Freizeitbegleitung. Dementsprechend teile ich das gerne mit meiner Familie und mit meinen Freunden und finde es immer wieder erstaunlich, wie viele Berührungspunkte man auch in der Freizeit mit Kunden darauf basierend hat. Das Faszinierende an der Marke Porsche finde ich die Individualität, nicht nur bei den Fahrzeugen, sondern auch im Kundenklientel. Wir agieren vollumfänglich, auch neben den Impfungszeiten und haben auch viele Berührungspunkte privat bei Ausfahrten oder Fahrveranstaltungen auf der Rennstrecke. Das, was mich am meisten hier im Porsche-Rentrum begeistert, ist einfach die Emotionalität sowohl bei den Kunden, bei der Fahrzeugübergabe und Auslieferung als auch bei dem Verkäufer, der sich natürlich über jeden einzelnen Abschluss freut. Von daher agieren wir hier im Porsche-Rentrum sowohl aus Kundensicht als auch als Verkäufer auf Augenhöhe. Ja, wenn man dann einmal die Entscheidung zum Porsche-Fahrzeug getroffen hat, gibt es natürlich auch nochmal diverse Rahmenveranstaltungen rund um die Marke Porsche, wie zum Beispiel einige Fahrveranstaltungen auf dem Bilsterberg, dem Nürburgring oder wie jetzt jüngst vor acht Wochen in Lapland um drei Tage auf einem zugefrorenen See zu driften. Gerade diese Fahrveranstaltung in Lapland, das ist wirklich einmalig. Die Idylle, die Landschaft, die Menschen, eine kleine feine Gruppe vor Ort, abends schön ein Glas Wein und tagsüber auf diesem See absolut einmalig. Ja, wenn das Interesse geweckt hat, entweder fürs Fahrzeug oder auch für Fahrveranstaltung. Rufen Sie mich gerne an.